willkommen zurück zu einer weiteren folge wrc clubs wir sind immer noch im offiziellen club von iii haben wir dazwischen wirklich kein service park hier haben wir jetzt ein service park aber hier nix 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 dann wäre es ja klüge wenn ich hier weich gefahren wäre und hier hat aber ich dachte es wäre ein perfekter split bei der hälfte naja nix desto trotz hier nehmen wieder zwei reservereifen mit den einen den haben wir ja in der ersten stage gut gebraucht den zweiten zum glück nicht aber wer weiß wie lang und brutal diese stages werden und naja bis ich halt wieder sage das augen lässt sich aber wirklich gut steuern zack unfall und dann dann kommt der reifen naja vollkommen klar das ist eine sitzhaltung heidenei aufpassen mit den staaten scharf rechts und das ist total zehn sekunden wenn ich zu früh starte egal wie knapp es ist da ist nix mit neustart 150 kuppe 140 achtung langsam sechs links übersprung in fünf rechts 100 abzweigung scharf rechts kurz 50 leicht links in leicht rechts das auto hört sich besser an und links über kuppe aber auch gleich weil unser auspuff kaputt ist 50 low budget tuner life hack genau wie mein gummiband an der harnschaltung drum zu knüpfen damit ich sequenziell ab aber hey solange es klappt ist doch geil auf rechts kurz in vier links macht zu in drei rechts kurz 60 vier links halb lang macht auf und macht zu in eins rechts kurz 50 scharf links und leicht links in drei rechts kurz langsam und fünf links in eins rechts macht auf 40 kein halb meter weiter cutten dürfen in leicht rechts 80 sechs links über kuppe in sechs rechts schneiden 90 achtung sprung über brücke 40 links über kuppe 120 abzweigung eins links schneiden 70 kuppe 130 langsam leicht links über kuppe macht zu 40 leicht rechts in kuppe 30 scharf rechts kurz 110 kuppe langsam 100 schikane links eingang 150 abzweigung scharf links in kuppe 200 ah wunderschön gerade mal zu viel PS dass das ding mit Handbremse um die kurve gleitet aber weniger darf es auch nicht mehr haben nicht mehr viel langsam sechs links in späte drei rechts 40 sechs links schneiden in leicht rechts langsam in kuppe sofort vier links halb lang langsam 90 Achtung die Ecke kennen wir doch macht zu und vier links kurz 50 leicht rechts 40 zwei links schneiden 40 späte drei rechts macht zu innen mit mutiger schneiden sagt schneiden wir auch wie ein guter pizzabäcker das war immer die größte enttäuschung wenn man gesagt hat schneiden abzweigung man macht zuhause die kacke auf man hat ein großes Stück Achtung 50 links über kuppe in abzweigung kehre links nochmal der weg in die küche ach da haben sie überhaupt nicht den pizzaschneider 6 rechts ah ist noch in der spüle weil ich befresse das schwein zu viel pizza esse 4 links kurz innen in links muss man das mit so einem doofen anderen messer machen der eigentlich nicht dafür gedacht ist langsam 6 links 30 3 rechts kurz in 3 links kurz 70 späte 4 rechts macht zu über kuppe in 4 links halb lang 60 oh oh das war ambitioniert scheiße come on bergziegmodus sprachsteuerung bergziegmodus aus in 4 links macht zu durch senke und 4 rechts in links über kuppe in 4 rechts kurz gebunden 40 leicht links und 3 links kurz in 5 rechts 80 6 rechts halb lang macht zu in 3 links scharf und 2 rechts kurz 50 Achtung 3 rechts verdeckt 70 2 links schneiden 30 2 rechts innen in späte 1 links über kuppe halb lang 40 3 rechts und leicht links in 4 links über kuppe schneiden in 3 rechts 60 verdeckt 1 links 100 3 links schneiden 30 2 rechts 60 alright yay oh das ist das knifflig bei diesen dicken diesen großen schneidmanövern man muss auch wissen wie es dann weitergeht weil sonst kann es richtig blöd enden aber was wird es wenn man dann richtig schön so reinschneidet wenn man einfach geradeaus durch in die schlucht fährt in abzweigung 1 rechts aber nicht wusste wie es dann weitergeht 5 rechts macht zu über kuppe und rechts über kuppe in 2 links durch senke macht auf und rechts über kuppe und 4 links halb lang macht zu 40 leicht rechts 80 5 rechts 5 rechts scharf über kuppe in leistung 90 6 rechts über kuppe langsam 100 oh mein Gott ich wollte einen Gag über Ostdeutschland machen hätte ich ihn gemacht hätte ich mich überschlagen 30 4 rechts in 4 links es ist aber sowas von klar langsam leicht rechts und abzweigung scharf links 40 leicht links 70 kuppe 50 5 links kurz in 6 rechts in Welle und 4 links kurz in 6 rechts 40 1 rechts in 4 links und später 4 rechts in abzweigung scharfe kehre links 40 lang kuppe 110 das ist schon easy wenn man hier 4 Räder hat müsste ich ja wohl schon zugeben abzweigung 2 rechts scharf 180 ich habe vergessen was ich am Anfang der Folge gesagt habe aber jetzt geht es bergab leicht links über kuppe 150 langsam kuppe in späte 3 links 40 6 rechts über kuppe ich habe jetzt besonders beobacht 30 5 links 40 6 rechts halb lang mach zu 4 in 4 links 60 auf einmal ist der dritte Gang mein bester Freund 6 rechts in kuppe in leicht links mach zu 3 macht auf 50 3 rechts ich habe letztens bei Moments ein schönes Auto gefunden der auch Mitsubishi weißt du Mitsubishi Lancer Lancerus Faktus mit mir so hieß er und der hat einen richtig geilen 6 links innen in kuppe 230 diese gute Art von blechernen Sound 6 links über kuppe langsam 70 abzweigung 1 rechts und späte 3 rechts über kuppe 70 6 links über kuppe langsam 40 2 links macht auf 5 30 Wasser in 6 links über kuppe steil vollgas 50 4 rechts kurz 50 3 rechts macht zu in kuppe sofort 2 links verdeckt macht auf 50 Wasser in 3 links 50 4 rechts in 5 links kurz 100 4 rechts macht auf halb lang 60 nicht kampfhaft innen fahren ist hier keine Formel 1 ist ein Rallyeauto so viel Zeit bringt das nicht 5 links macht auf halb lang vor allem ist es das BLC-Spiel kein Trackmania verdeckt 4 rechts macht auf 120 leicht links langsam 130 abzweigung kehre links 60 leicht rechts langsam clever clever das Banking genutzt in 6 links 60 3 rechts macht auf 60 abzweigung scharf rechts macht auf von der Frontscheibe äh Front Frontlicht 40 Kuppe 30 mal ein bisschen poliert an der Felswand langsam 70 abzweigung scharf die Leute mit richtig guten Augen kennen das rechts scheint jetzt ein bisschen heller und klarer halb lang 40 ich kann es natürlich vollkommen erkennen der der im Stream in Kehner gegen einen Baum gefahren ist weil er ihn nicht gesehen hat aber es war auch ein sehr schmaler Baum die Sonne stand schlecht und 6 rechts war an sich aber auch kein guter Rallyttag ich muss übrigens bald wieder Moment stream weil ich habe mir festgesetzt in einem Stream diese ganzen Frankreich vielleicht auch wenn das noch gut läuft und meine Laune nicht komplett im Keller ist und ich denke jetzt noch einmal abfliegen und der YouTube-Kanal ist gelöscht wenn die Laune dann noch ein bisschen gut ist nach den ganzen Frankreich ne äh Griechenland Stages sorry meine Griechenland Stages dann baller ich noch Mediterrano durch weil das sind ja solche zwei Readyländer die machen mir im Spiel wirklich immer absolut Schmerzen macht auf Achtung in Kuppe Abzweigung schaffe kehre links in 5 rechts über Kuppe und 2 links 40 3 rechts macht zu 30 1 links kurz über Kuppe und 6 rechts und 4 links über Kuppe in Kuppe 50 bremsen 5 links macht auf 40 Kuppe sofort schaffe kehre links weit innen nicht weit innen in Kuppe 40 leicht rechts 30 späte 2 rechts halb lang 60 4 links kurz über Kuppe in leicht rechts 40 Kuppe 130 hier bin ich glaube ich schon mit 3 Rädern durchgefahren Achtung ist ja für mich dann quasi eine komplett neue Stage schaffe kehre rechts 30 2 links macht zu in 1 rechts kurz 30 Abzweigung schaffe kehre links 50 rechts über Kuppe 80 über Ziel bis Stopp ok das ist eine Zeit von 12 Minuten 25 0 Fazit der Folge einfach keine Unfälle bauen dann ist man unterm Strich schneller 100 dritter ok hat sich ja überhaupt nicht gerechnet was war ich von also man könnte jetzt quasi sagen die die dreiräderige Aktion hat mich einfach 300 Plätze gekostet 167 da also Ziel ist auf jeden Fall zweistellig das ist ja vollkommen klar keiner hat was zu sagen selbst die Sprecherin kein Bock mehr ist auch schon spät Start 130 scharf links viel Glück ist auch der sieht ja ruhig noch tippitoppig aus 4 3 2 1 und der Auspuff kann ruhig öfters kaputt gehen Sound ist super Abzweigung scharf links in Kuppe Schikane links Eingang und leicht links leicht rechts 90 6 rechts kurz über Kuppe 150 Abzweigung scharf links 180 Kuppe 140 aber das Auto ohne Mist ich muss es sagen es fährt sich wirklich hervorragend 160 fast ja alles klappt ich raste aus links übersprungen 200 Bombarder Staub bevor ich ankam 100 3 rechts halb lang 60 leicht links über Kuppe 30 1 links macht auf und macht zu nach Kreuzung 150 Schieß Obacht leicht rechts leicht links und 4 rechts in Brücke und 4 links langsam 30 Abzweigung scharf rechts 100 6 links lang macht zu 5 in links über Kuppe oder 30 immer das tolle manchmal man muss nicht immer die Autos nehmen die man halt schon so tausend mal gehört hat 6 rechts 40 Schikane rechts wie ist der mit dem Galant 100 Imbreza Integrale 100 dann kommt der Galant 40 Abzweigung scharf links und Kuppe 110 Kuppe 200 Abzweigung 1 rechts und leicht links 130 Kuppe 80 Kuppe 230 Geil Ballern Anders wie in der Karriere kann ich jetzt beim geradeausfahren keine Zeit mehr gut machen Weil geradeausfahren können sie auch im Online-Modus 40 2 rechts in 1 links über Kuppe in 6 rechts 90 Ich habe kurz angedacht geil sieht gerade aus Dann dachte ich mir ach ja gut springt mir nix eigentlich brauche ich Kurven jetzt ist es genau umgekehrt 3 rechts 60 Langsam 6 links in rechts über Kuppe 40 Weitekehre links und Kuppe in 1 rechts Macht auf und 6 links über Kuppe langsam 80 Ah der 90 Grad Sektor kommt Abzweigung scharf links und Abzweigung Weitekehre rechts Da wollte ich jetzt nicht Harkor reinschneiden 90 Ich weiß nicht wo da manchmal diese komischen Begrenzungsgreifen stehen und die sind Harkor Die kennt man glaube ich auch noch recht gut aus Mako Das sind schon gute Stopper 30 4 rechts 40 Sehr gut Kuppe 80 Hier muss man die Schranke auch nicht packen Langsam Späte 4 links Halb lang 3 rechts Macht auf 30 Das natürliche Regelwerk mit Das Auto darf nur so sein bis ihr die Schranke berührt Abzweigung 1 rechts kurz und Kuppe 60 Langsam 6 links 40 Abzweigung Scharf links und leicht rechts 60 Überziel 5 rechts bis Stopp Okay Das ist eine Zeit von 4 Minuten 22,3 Wie viele Stages haben wir eigentlich noch Ich habe komplett den Überblick verloren Aber komplett Zweistellig Woo Sehr gut Hier alte hier Ihre Lanchias und Subarus Ihr Lamo Lamos Galant ist es Das ist es Der Galant Oh ja Galant Galant Friends Wunderbar 6 von 8 6 von 8 Okay Das heißt die Und noch 2 Bin ich doch noch mittendrin Statt nur dabei Oh Gott Oh die linke Seite ist da Eieiei Die haben vergessen da ein paar Zwischensektoren rauszunehmen Das ist ja jetzt gigalang Ich habe noch und links geguckt mit wie viele Stages noch Aber ich habe jetzt nicht drauf geachtet wie viele Kilometer Ah ja Okay Der vorsichtige Rennfahrer Ich nehme ich aber mit Ja Ja Der vorsichtige Na ja klar Bisschen zu spät Bisschen wie ich Drehzahl Ich versuche es wieder mit dem dritten Gang Zu früh 50 Späte 5 rechts Macht zu Über Kuppe 30 Leicht links Bremsen 30 3 rechts scharf Leicht schneiden 90 4 links In 5 rechts kurz Über Kuppe 130 5 links kurz Und 3 links Macht auf 30 Kuppe 30 2 rechts Macht auf In 5 links Macht zu 3 Schneiden Und leicht rechts In Kuppe Langsam 50 Abzweigung 1 rechts kurz Und scharf rechts In 5 links Halb lang Macht zu Scharf Schneiden Über Kuppe In 6 rechts Und links Über Kuppe In 2 rechts Und leicht links Der Arschlochsektor 2 rechts Durchsenke In 4 links Über Kuppe 30 Späte 4 links Über Kuppe 50 6 links In 6 links Über Kuppe 60 Lang Kuppe 40 Es ist schon spät 6 links kurz Langsam 70 Verdeckt 1 links Mein Zimmer ist beleuchtet 6 links Und unten Irgendwas An Unten rechts An der Rechts von der Pedalerie Irgendwas Irgendwas rumhuschen In 2 rechts Schneiden Da hab ich nochmal genauer hingeguckt Das war mein Schatten Gott Oh Gott Wird spät Und Kuppe In 2 rechts Kurz In 2 links In 2 rechts Und 3 links Scharf Das war so knapp Man hat links auch diese Assspitze gesehen So oft hab ich mir gedacht Ja guck mal Easy Cut Und dann Bong Hier kommt die Tagesschau Trottelpferd gegen Baum Leicht rechts In 6 links Nicht schneiden Und leicht rechts Und rechts über Kuppe Langsam 40 Kuppe In 3 links kurz In 6 rechts In 5 links Schneiden Und 2 rechts kurz Über Kuppe 30 Gewunden 40 4 links Halb lang Mach zu 3 Über Kuppe 30 6 rechts 60 Bremsen 6 rechts In leicht links In 4 rechts Mach zu In frühe 5 links Über Kuppe 50 Langsam 1 rechts Mach zu In Abzweigung 1 links 30 5 links Gefühlt rollen lassen Oh oh Nicht so rollen lassen 4 rechts kurz Nicht schneiden In 4 links 50 5 rechts Sehr lang Mach zu 30 Das war jetzt ein bisschen heikel Langsam Leicht rechts 80 Abzweigung Scharf links Verdeckt 80 Wird breiter 5 links Lang 40 5 rechts Langsam 70 Abzweigung 1 rechts 120 Über Kuppe In 3 links 80 Ich fahre schon so lange 4 Minuten Ich fahre schon so lange 4 Minuten Noch nicht mal ein Viertel Abzweigung 3 rechts Mach zu 1 70 70 70 60 6 links Über Kuppe Aber wenn ich hier einfach sicher durchfahre kann ich so einiges an Plätze gut machen Langsam 50 Abzweigung 2 links Verdeckt 30 Ich muss es nur irgendwie mit meiner Konzentrationsschwäche vereinbaren Und er selbst 5 rechts Halblang Mach zu 50 Diagnostizierten Oh Gott Da kam kurz der russische Part raus 60 Diagnostiziert 5 rechts Mach zu 30 Mir schniete 30 Und er ist dann wieder ukrainischer Abbruch Ost 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 Oh Gott 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 Fährt sie da Konzentration Und gleich links über Kuppe 120 6 rechts kurz Durchsenke Achtung 110 1 links über Kuppe Schneiden 30 2 rechts. Durchsenke. In links über Kuppe. Und leicht rechts. 30. Lang Kuppe. In späte 5 links. In 6 rechts über Kuppe. 50. Bremsen. Achtung. Brücke. Leicht rechts. 50. Abzweigung. Kehre rechts. In späte 1 links. Acht auf. Halb lang. 40. 2 rechts. Macht zu. Und scharf links. 120. Schön. Das war schön. 5 links über Kuppe. 30. 1 links scharf. Und scharf rechts. Und 6 links. Langsam 70. Abzweigung. Scharf links. 50. 5 rechts. Und 5 links über Kuppe. 60. Langsam. Leicht links. Und Abzweigung. 1 rechts. Und leicht rechts. 70. Spät. 6 links über Kuppe. In 4 rechts. Macht zu. In 3 links über Kuppe. In 4 rechts scharf. Überkreuzung. 60. Langsam. 6 links über Kuppe. Und 1 rechts. Verdeckt. In 2 links. 40. Leicht links. 30. 6 rechts. Langsam. 50. 4 links. 30. 5 rechts. Kurz über Kuppe. 120. Oh Gott, oh Gott. Kuppe. 90. Kuppe. 80. Das geht gar nicht. Das wird gar nicht gut enden. Sprung. 100. Langsam. Achtung. Leicht rechts. In leicht links. Und Abzweigung. 1 rechts. 40. Kuppe. 200. Bremsen. Kuppe. 80. Abzweigung. Scharf links. Und Kuppe. 70. Leicht links. Leicht rechts. 130. Lang Kuppe. Langsam. 100. Abzweigung. Scharf links. Verdeckt. In Kuppe. Und 1 rechts. Und 4 links. 30. Die Kuppe. Hätte ich schon in der ersten Folge hops nehmen wollen. Aber nicht mit Papaschlumpf. 1 links. Scharf. In 3 rechts. Kurz. Und 4 rechts. In 4 links. 80. 6 links. Langsam. 50. Späte 3 rechts. Halb lang. 50. 3 links. Macht auf. Macht zu. 4. Über Kuppe. 40. Abzweigung. 1 rechts. Über Kuppe. Wird enger. 6 rechts. In Brücke. Und 4 links. Innen. In 6 rechts. Schneiden. In leicht links. 140. Langsam. Oh. Wow. Das war kritisch. Kuppe. Sofort. 1 rechts. Lang. 40. Kuppe. 40. Das wird zu früh. Aber ging doch noch ganz gut. 3 links. Halb lang. Macht zu. 90. Kuppe. Der ist nicht ein Fahrer. 200. Verdeckt. Großer Sprung. 170. Langsam. Abzweigung. Späte Scharf links. 140. Ja. Das war zu früh. Das war zur Ausschau auf die Anti-Cut-Bar gehalten. Aber ne. Diesmal haben sie es mit Menschen geregelt. Auch nicht schlecht. 6 links über Kuppe. 80. Leicht links. Langsam. 70. Schikane rechts. Eingang. Und Kuppe. 30. Abzweigung scharf rechts. 150. Sprung. 160. Achtung. Kuppe. Und Abzweigung. Scharf rechts. 140. Langsam. Kuppe. 50. Abzweigung scharf links. 150. Kuppe. 140. Das Gute mit der Obachtverweise ist, dass ich höchstwahrscheinlich auch meine Reifen. 100. Dabei schon tue. Abzweigung. Scharf rechts kurz. 90. Links über Kuppe. Langsam. 50. Abzweigung scharf links. Oh, wir haben die Hälfte geschafft. Wir fahren auch erst nur 10 Minuten. In leicht rechts. Halb lang. Schneck. Langsam. Und links über Kuppe. Und Abzweigung scharf. Verkehre rechts. 50. Verdeckt. 3 links. Macht zu. 40. 4 links. Und 6 rechts über Kuppe. Langsam. 40. Scharf rechts kurz. In 4 links. Macht zu. In 3 rechts kurz. 60. 4 links. Halb lang. Macht auf und macht zu. In 1 rechts kurz. 50. Scharf links. Und leicht links. In 3 rechts kurz. Langsam. Und 5 links. In 1 rechts. Macht auf. 40. 2 links scharf. In leicht rechts. 80. 6 links über Kuppe. In 6 rechts. Schneiden. 90. Achtung. Sprung. Über Brücke. 40. Links über Kuppe. 120. Abzweigung. 1 links. Schneiden. 70. Kuppe. 130. Schade. Keine Ahnung, was ich mir gerade bei der Kuppe gedacht habe. Wollte irgendwie, dass das Heck kommt, aber von Zauberhand passiert da nichts. Kuppe, langsam, 100. Schikane, links Eingang, 150. Abzweigung, scharf links. In Kuppe, 200. Große Kuppe, 100. Große Kuppe, 100. Rechts über Kuppe, 120. Langsam. 6 links. In späte 3 rechts. 40. 6 links. Schneiden. In leicht rechts. Langsam. In Kuppe. Sofort 4 links. Halb lang. Langsam. 90. Achtung. Späte 1 rechts. Mach zu. Und 4 links kurz. 50. Leicht rechts. 40. Oh, wow. In einem schlechten Tag wäre ich da jetzt nie in die Filzwand gerast und der Reifen wäre weg. In 4 links kurz. In sofort 3 rechts. In leicht links. Und 1 links über Kuppe. Abzweigung, früh scharf rechts. 40. Leicht rechts über Kuppe. Achtung. 50. Links über Kuppe. In Abzweigung kehre links. 80. 6 rechts. Sehr lang. Schade. Nicht so gut um die Kurve bekommen. 4 links kurz. Innen. In links über große Kuppe. In leicht rechts. 80. Langsam. 6 links. 30. 3 rechts kurz. In 3 links kurz. 70. Späte 4 rechts. Mach zu. Über Kuppe. In 4 links. Halb lang. 60. Oh, die Kurve kenne ich. Späte 3 rechts. Mach aus. Bohnenlos reingekattet. 30. Kuppe. In 4 links. Mach zu. Durchsenke. Und 4 rechts. Aber gefühls schaffe ich auf eine Stage. In 4 rechts kurz. Egal wie oft ich sie durchfahre. Jedes Mal anders zu fahren. 40. Leicht links. Und 3 links kurz. In 5 rechts. 80. 6 rechts. Halb lang. Mach zu. In 3 links scharf. Und 2 rechts kurz. 50. Achtung. 3 rechts. Verdeckt. 70. 2 links. Schneiden. 30. 2 rechts. 2 rechts. In späte 1 links. Über Kuppe. Halb lang. 40. 3 rechts. Und leicht links. In 4 links über Kuppe. Schneiden. In 3 rechts. 60. Verdeckt. 1 links. 100. 3 links. Schneiden. 30. 2 rechts. 60. Späte 5 links. Über Kuppe. 60. 3 rechts. Macht auf. Halb lang. Macht zu. 40. Rechts über Kuppe. Und 6 links. Halb lang. Macht zu. 4. Nach Kreuzung. 50. Langsam. Kuppe. In Abzweigung. 1 rechts. 30. Späte 5 rechts. Macht zu. Über Kuppe. Und rechts über Kuppe. In 2 links. Durch Senke. Macht auf. Und rechts über Kuppe. Und 4 links. Halb lang. Macht zu. 40. Leicht rechts. 80. 5 rechts scharf. Über Kuppe. In leicht links. 90. 6 rechts über Kuppe. Langsam. 100. Stell dich auf, du geile Sau. Na klar, machst du das. Sprachbefehl. Geregelt. Aber da hatte ich schon ein ungutes Gefühl, wo ich da reingefahren bin. Also. Die ganze Passage gefahren bin. Das ist gerade Ausstück, meine ich. 40. Leicht links. 70. Hier habe ich mich komplett verschätzt. Das ist das Problem bei langen Stages. Da kann man viel gut machen. Aber das macht mein Gehirn einfach nicht mit. In 6 rechts. In 6 rechts. In Welle. Und 4 links kurz. In 6 rechts. 40. 1 rechts. In 4 links. Und späte 4 rechts. In Abzweigung. Scharfe kehre links. 40. Lang Kuppe. 110. Abzweigung. 2 rechts. Scharf. 180. Leicht links über Kuppe. Wow. Das ist Getriebeschaden. Na gut, ich hatte ja einen. Hab den nicht repariert. Lang Kuppe. In späte 3 links. 40. 6 rechts über Kuppe. Macht zu. 4. Macht auf über Kuppe. 30. Manche Manövern denken, da kann ich mich ja nicht verschaltet haben. Halb lang. Macht zu. 4. In 4 links. 60. So von 3 in 4, das ist ja einfach nur kurz Hebel runter. Wie soll man sich denn da verschalten? Das ist ja hier kein Akrobat. Akrobatischer Move. Mit über 4 Ecken Nitro-Speed-Schaltung. Von Gang 16 in die 4 rückwärts. Und den 4 rückwärtsgang. Das war bei Nitro-Speed. 1 links. Macht zu. In rechts über Kuppe. 40. 6 links. Innen. Bin Kuppe. 230. 6 links über Kuppe. Langsam. 70. Abzweigung. 1 rechts. Und späte 3 rechts. Über Kuppe. 70. 6 links über Kuppe. Langsam. 40. 2 links. Macht auf. 5. 5. 30. Wasser. Geht. In 6 links über Kuppe. Sehr lang. In leicht rechts. 50. In der Realität wäre die ganze Frotte im Arsch. 3 rechts. Macht zu. In Kuppe. Sofort 2 links. Ich werde trotzdem nicht dabei abgehalten. Vollgas reinzufahren. War ja bekannter früher mit. Wasserquatter. Ja gut. Rein da. 4 rechts. Innen. In 5 links kurz. 100. 4 rechts. Macht auf. Halb lang. 60. Abzweigung. 1 rechts über Kuppe. Wird enger. In links über Kuppe. 40. 5 links. Macht auf. Halb lang. 40. 40. 40. Verdeckt. 4 rechts. Macht auf. 120. Leicht links. Langsam. 130. Abzweigung. Kehre links. 60. Leicht rechts. Langsam. In 6 links. 60. 3 rechts. Macht auf. 60. Abzweigung. Scharf rechts. Macht auf. 40. Kuppe. 30. 4 rechts. Langsam. 70. Abzweigung. Späte kehre links. Macht zu. Und 6 links. Halb lang. 40. Langsam. Leicht links. In 4 rechts über Kuppe. Macht zu. In 4 links. Und Abzweigung. Scharfe kehre rechts. Und 6 rechts. In 2 links scharf. Schneiden. In 4 rechts. Und 6 links. Und 5 rechts. 30. Abzweigung. Kehre links. 50. Kleine Kuppe. 40. Abzweigung. Wieder kehre rechts. Abzweigung. Scharfe kehre rechts. 90. 6 rechts. Lang. Innen. Und Kuppe. Langsam. In 6 links. Macht zu. 5. In Kuppe. Sofort 1 rechts. Macht auf. Achtung. In Kuppe. Korridor move. Abzweigung. Korridorabschnitt. Dann mache ich lieber ein bisschen langsamer. In 5 rechts über Kuppe. Und 2 links. 40. Bin ich hier jemals von der anderen Richtung angefangen gekommen? Ich glaube nicht. 1 links kurz. Bin 8 mit der Drehzahl. Und 6 rechts. Und 4 links über Kuppe. In Kuppe. 50. Bremsen. 5 links. Macht auf. 40. Kuppe. Sofort scharfe kehre links. In Kuppe. Ah links. Oh Gott. Links gehört, aber habe ich für rechts vorbereitet. Und weil diese coole Schikane in die Haarnadel. Leicht rechts. Wo man da richtig schön reinkatten kann. Wo die Räder in der Realität einfach richtig schön auf der rechten Seite nach innen gucken würden. Achtung. Kuppe. 100. Abzweigung. Scharfe kehre rechts. 30. 2 links. Macht zu. In 1 rechts kurz. 30. Abzweigung. Scharfe kehre links. 50. Rechts über Kuppe. 80. Über Ziel. Bis Stopp. 22. 16. Wuuu. 22 Minuten. 16. Gehen wir den ersten Platz. Höh? No way. Die Drecksäue. Platz 55. Carlos Heinz. Wuh. Wuh. Sehr gut. Ich hatte kurz ein bisschen Angst gehabt, dass wir die gleiche Stage jetzt noch rückwärts fahren. Weil dann hätte ich mir langsam Gedanken machen müssen mit, oh Gott, ich kann keine YouTube-Beans hochladen, die länger als eine Stunde sind. Was mache ich denn jetzt? Aber nee, müssen wir nicht. Wenn es so bleibt. 5, 4, 3, 2, 1, go. Leicht links und Abzweigung. 1 rechts und leicht rechts. 70. Spät. 6 links über Kuppe. In 4 rechts. Macht zu. In 3 links über Kuppe. In 4 rechts scharf. Überkreuzung. 60. Langsam, 6 links über Kuppe. Das war vollverkant. Und 1 rechts. Verdeckt. In 2 links. 40. Leicht links. 30. 6 rechts. Langsam, 50. 4 links. 30. 5 rechts. Kurz über Kuppe. 120. Kuppe, 90. Kuppe, 80. Sprung, 100. Langsam. Achtung, leicht rechts. In leicht links. Und Abzweigung. 1 rechts. 40. Kuppe, 200. Jupsi. Rechts, Kuppe, 80. Abzweigung scharf links. Und Kuppe, 70. Leicht links. Leicht rechts. Man kann da noch so viel mehr rein cutten. Es ist unfassbar. Lang Kuppe, langsam, 100. Abzweigung scharf links. Verdeckt. In Kuppe. Und 1 rechts. Jedes Mal jetzt ein bisschen früher. Fliegt rechts auf Kurve. 4 rechts kurz. Über Kuppe, 30. 1 links scharf. In 3 rechts kurz. Und 4 rechts. In 4 links. 80. 6 links. Langsam. 50. Späte 3 rechts. Halb lang. 50. 3 links. Macht auf. Macht zu. 4. Über Kuppe. 40. Abzweigung. 1 rechts. Über Kuppe. Wird enger. 6 rechts. 6 rechts. In Brücke. Und 4 links. Innen. In 6 rechts. Schneiden. In leicht links. 140. Langsam. Kuppe. Sofort 1 rechts. Lang. 40. Kuppe. 40. 3 links. Halb lang. Macht zu. 90. Kuppe. Und senke. 200. Verdeckt. Großer Sprung. 170. Langsam. Abzweigung. Späte scharf links. 140. Zu früh. Kuppe. 190. Langsam. Abzweigung. Scharf rechts. Verdeckt. 150. Genau richtig. 6 links. Über Kuppe. 80. Leicht links. Langsam. 70. Schikane. Rechts. Eingang. Und Kuppe. 30. Abzweigung. Scharf rechts. Uh. Gekattet. 150. Voll Ekstase. Fast. 90. Rechts. Verpasst. Überziel. 160. Schön am Ballen angeschliffen. Okay. Das ist eine Zeit von 3 Minuten. 35,0. So auf geht's zur letzten Tage. Wir sind kurz gefahren. Aber trotzdem 75. Ich glaube Leute haben sich richtig schön zerdeppert auf der langen Stage. Und wurden jetzt quasi durch das kaputte Auto eingebremst. Weil enormer Schaden ist an. Deshalb wahrscheinlich, weil wir langsam sind, aber heile, dennoch Zeit gut gemacht. Finale. Ja, ja. 50 Kilometer fahren. Das Lustige ist, ich wollte heute eigentlich nur eine Folge aufnehmen. Und dann dachte ich mir, ach ja, weil ich hab da noch kein Bild gemacht für die morgige YouTube-Folge, fahr ich für die zweite Folge schon mal die erste Stage. Ja, und jetzt fahr ich alles. Naja. It is. What it is. Mal 15 Kilometer. Und wir haben jetzt nicht so viele Sektoren. Was sind wir denn vorhin an Kilometers gefahren? 5, 4, 3, 2, 1, go, 130. Abzweigung scharf links. In Kuppe, Schikane, links Eingang. Und leicht links, leicht rechts, 90. 6 rechts kurz, über Kuppe, 150. Abzweigung scharf links. 180. Kuppe, 140. Was mich noch echt interessiert hätte. Abzweigung scharf rechts. Nach der Stage, Spiekerput ist mein Auto. 160. Aber das sehe ich leider nicht mehr. Das hätte mich schon interessiert. Kuppe, langsam, 100. 3 rechts, halb lang, 60. Leicht links, über Kuppe, 30. Sehr langsam gefahren. Nach Kreuzung, 150. Endschieß, die Kurve, Kenwachs. Leicht links. Gleiche Kurve, gleicher Puls. In Brücke, und 4 links. Langsam, 30. Abzweigung scharf rechts. 100. 6 links, lang, macht zu. 5. In links, über Kuppe, 130. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Langsam, 6 rechts, 40. Schikane rechts, Eingang, 70. Links über Kuppe, 100. Sprung, langsam, 100. Links über Kuppe, 40. Abzweigung scharf links. Und Kuppe, 110. Kuppe, 200. Abzweigung, 1 rechts. Und leicht links, 130. Kuppe, 80. Kuppe, 230. Achtung, 5 links über Kuppe, 30. 4 rechts, 30. 6 links, 40. Langsam, rechts über Kuppe, 40. 2 rechts, in 1 links über Kuppe. In 6 rechts, 90. Abzweigung, 1 rechts, macht zu, 30. Späte 3 rechts, 60. Langsam, 6 links, in rechts über Kuppe, 40. Weitekehre links und Kuppe. In 1 rechts, macht auf. Und 6 links über Kuppe, langsam, 80. Der 90-Grad-Sektor. Abzweigung scharf links. Und Abzweigung, weitekehre rechts. Die fiktive, äh, nee, Aserbaidschan-Variante der Formel 1. Kommt im Land der 90-Grad-Kurve. Scharf links, 90. Verdeckt, scharf links, 90. 1 links kurz, inkehre rechts. Und Abzweigung, 1 links, macht zu, 30. 4 rechts, 40. Und da sind wir auch schon wieder weg. Jetzt kommen wieder normale Kurven. Abzweigung, 1 rechts kurz und Kuppe, 60. Langsam, 6 links, 40. Abzweigung scharf links und leicht rechts, 60. 5 rechts, 30. 4 links, langsam, 50. Abzweigung scharf rechts, 60. Langsam, 6 rechts. Und späte scharf links und scharf rechts kurz. Und 6 rechts über Kuppe, 120. Achtung, scharf rechts, in 2 links, macht zu, 40. 2 rechts, halblang, macht zu. In Abzweigung scharfe Kehre links. 40, links über Kuppe. Yes, ich sehe wieder was. Und Kuppe, in 5 rechts. Und leicht links und Kuppe. Und 6 links, in rechts über Kuppe. In 1 links, 40. Abzweigung, 1 rechts, über Kuppe. 120. 6 links, 90. Ich habe bewusst gerade außen gehalten. Wollte vermeiden, dass ich mich da irgendwie doof auf dem Dach überschlage. 4 rechts, schneiden, 60. 4 links. In Kuppe. Und 3 rechts, halblang, macht auf, 60. 4 links, 70. Oh, das war nicht so gut. 4 links kurz, 40. 5 links, halblang, 40. Verdeckt, 4 rechts, 30. 2 rechts kurz, 50. 6 rechts, über Kuppe, lang. In Kuppe, 70. Kuppe, langsam, 100. Abzweigung, weite Kehre links. 50, Kuppe, 80. Oh ja, geht lieber hassen, diesen Trick. Wuh. Welle, 50. 4 rechts, macht zu. 130, über Kuppe, bremsen. Abzweigung, 1 links, verdeckt. 70, 5 links. In leicht rechts, halblang, macht zu. 4, 80. Abzweigung, scharf rechts. 70, 6 links, macht auf und macht zu. Guck mal, gerade wenn ich so richtig das Fahrgefühl vor diesem Auto spüre, schalte ich mich natürlich. Ich bin verfluchtig, sagst du immer wieder. Nee, aber gerade wenn man so gerade drin ist, dann ist die Scheiße auch schon vorbei. Ah, ist doch schade. 5 rechts, kurz, in 5 rechts, macht auf, 40. Abzweigung, 1 rechts, kurz, in 1 links, 50. Achtung, 6 rechts über Kuppe, in sofort 3 links. Und 5 rechts, kurz, in 6 links, 60. Langsam, 6 links, in Kuppe, sofort 2 rechts, macht auf, halblang und leicht links. Und 3 links, kurz, über Kuppe, 30. 4 rechts, in leicht links, in 4 rechts, kurz. Und Kuppe, 30. 6 links, halblang, langsam, 40. 4 rechts, in leicht links, 50. 4 rechts, 30. Achtung, späte 3 links, kurz, in 2 rechts, kurz, 70. Don't. 5 rechts, 5 links, 5 links, und 2 rechts, in 1 links, halblang. In 2 rechts, in 3 links, kurz, in Kuppe. In 6 links. In 6 rechts, scharf. Und 2 rechts, 30. Späte 2 links, 50. Achtung, leicht rechts, in scharf links, 30. Leicht rechts, schneiden. In 4 links, kurz, 30. Bremsen, 6 rechts, 30. In 6 rechts, kurz, 50. 6 rechts, kurz, 40. Kuppe, 60. 5 links, 5 links, über Kuppe. Innen, in 6 rechts, durch Senke. 60. 4 rechts, über Kuppe, 40. Achtung, rechts, über Kuppe, in 1 links, macht auf, 30. Wow, ich bin drastisch, ich bin drastisch, zu schnell. Heieieiei. Leicht links, in 6 rechts. Und mir ist irgendwo mal Niederländer verloren gegangen. Langsam, 6 links, sofort kehre rechts, über Kuppe. Und scharf links, macht auf, innen. Und Abzweigung, 1 links, 30. Kuppe, in leicht links, 40. 4 rechts, schneiden, macht auf. Und 4 links, über Kuppe, in 2 links, kurz. Und Kuppe, 30. Späte 3 rechts, macht auf, 130. 5 links, kurz, über Kuppe, in sofort, 4 rechts, 90. Verdeckt, 2 links, kurz, in leicht rechts, 50. Früh 5 links, macht auf, über Kuppe, 40. Späte 3 rechts, 30. 4 links, über Kuppe, nicht schneiden, 80. 5 links, in 6 rechts, und 4 rechts, kurz, in 5 links, 90. Achtung, 3 rechts, kurz, in leicht links, 40. 4 rechts, kurz, über Kuppe, 70. 6 rechts, in 6 links, über Kuppe, 50. Langsam, leicht rechts, in 3 links, über Kuppe, 60. Kuppe, 80. Das war eine richtig gute Letzte. 4 links, macht auf, halb lang, 40. 5 rechts, über Kuppe. Das ist noch nicht vorbei, deshalb bremse ich hier viel mehr, damit ich mein Gequatsch nicht schon wieder in den Rücken fällt. Okay, das ist eine Zeit von 11 Minuten, 14,4. Wer hätte gedacht, am Anfang des letzten Videos, dass ich so abschneide, das ist auch... 58-Stag, auf der Stage, glaube ich. Overall? Easy Top 80, aber sowas von. Ach, und wie gesagt, der Mitsubishi Galant, der ist ja echt unterrepräsentiert. Wo, come on, hier muss doch noch ein Galantboy sein, oder nicht? Ah ja, hier. Das ist doch schön. Ein, zwei Galanz hat man Aber sonst ist schon Eine scheue Art Nichtsdestotrotz Gibt noch das hier Es ist Portugal Vergesst was ich gesagt habe Ich muss kreativ werden Oder einfach mehr Moment Stream Heidenay Das hat mal Punkte gegeben da oben rechts Von daher Leute Ich würde sagen hier gibt es nichts mehr zu sehen Ich mach mich raus Ciao Kakao und bis bald Rian Bye, have a great time